Hallo und herzlich willkommen zu WOT Live mit dem Silverlane, dem Mu und zu Gast haben wir den RioCat. Hallo. Hallo. Gretchen hat Gesellschaft in Form von Siegfried und Rio, hast du deinen auch benannt? Nee, noch nicht. Ich bin immer noch, äh, ich bin immer noch unschlüssig. Okay. Also, Siegfried, Gretchen und der unschlüssige P100 ab nach vorne. Roy. Erste HE, zweite ausnahmsweise mal Gold. Ja, heute, sobald ich Viet lade, krieg die Kugel sonstwohin, trifft Ketten oder prallt ab. Ich glaub, ich sollte vielleicht doch AP laden. Hab ich schon mal anmerken, dass ich in der letzten Runde mit AP gemacht hab. Hm, AP ist irgendwie gerade vertrauenswoller. Ja gut, wir können es ja immer noch umentscheiden. Hm. So, das Ganze natürlich wieder zum Event vom WZ-111. Also, es werden wieder viele Geier unterwegs sein und ich bin offen. Ich bin auch offen, es war der Bulldog. Ich bleib kurz stehen. War der Bulldog, der da auf der Insel stand. Hm, aber er zieht uns nicht mehr. Ja, tötet den Bulldog. So, die beiden T110E5 haben es geschafft, sich da unten komplett pinnen zu lassen. Das ist gut für uns. Dann kriegen wir hier oben nur die Dickschiffe. Was haben die geschafft, sich pinnen zu lassen? Hm, die kommen noch nicht mehr raus. Hm. Warum zum Teufel fährt man da? Hm, na egal. Kann man machen, aber dann braucht man wenigstens noch einen dritten als Supporter, weil die Bettstädte sind deren Flanke, Objekt vor ihnen und da oben stehen noch zwei TDs plus Arty. Ja, eben. Gute Nacht. Oh, was haben wir denn da? Ich will offenbar am X nachher eh Schalte schießen. Oh, du stehst. Ja, hier steht irgendwie gerade alles im Weg rum. Ich gehe da mal ein Tick offensiver vor. Oder wo ist der Jagdpanzer? Nicht hier? Okay. Ich bin offen. Hm, ja. Ist der da oben, der 110er. Uh, 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 der 110 E5 kann ich von hier was beschießen. Sehr schön. Dann wollen wir die mal kurz weg. Oh, jetzt geht die. Wir können auch hier uns beschießen. Ich habe gerade eine abbekommen. Haben wir es gebaut. Und die gehen jetzt ausgerechnet zu. Ja, ja. Da bin ich hier am Sidesplay, man stellt sich nicht so ein blöder... Hier ist 8 vor mich. Hm. Das ist ein Verrecken. Ja, nüsli, ich habe mir mal trotzdem eine 50 B-Schelle gefangen. So, willkommen, liebe Theke. Kannst du mal Hallo Welt sagen? Wir sind mitten in der Aufnahme. Hallo Welt. Der liebe Thekenathlet, der Chef von Jumbo. Hinter uns, Amix. Ja. Hm. Ich glaube, der eine Schuss müsste auf den E5 gesetzt haben. Ich packe es gerade auch mal so ein bisschen auf wegen dem 110er. Ja, der will immer... Der will dich unanständig von hinten. Ja, ja. Die Roten mögen es von hinten. Das ist immer gerne gesehen bei den Bösewichtern. Ja, die E5s, die verrauchen sich da komplett. Ja. Was kommt denn da? Jetzt ist der liebe Theke wieder weg. Hm, habt ihr mir irgendwas geschrieben gehabt? Aber ich kann jetzt natürlich auch nicht auf dem Desktop... ...switchen. 666, mach gut, lieber Bulldog. Da war mir die Damage echt egal. Oh. Der war echt noch getrackt und dann hat Silver ihn hingerichtet. So. Silver hat jetzt kaum noch AP. Ich fahr mal vor. Ich unterstütze euch. Sekunde. Wartet, wartet, wartet. Ich könnte mal rum-sidescrapen. Ich bin hier offen. Ja. Was war das denn? Ja, hat er. Auch da. Bin schon dabei. Das war wirklich... Das war AP. Brennen in der Hölle, AP. Also jetzt ist ein schöner HE geladen für den Borsif. Schrägstrich. Ah, das ist okay. Oh. Oh. Der hat das Leben schnell verlassen. Los, jetzt Vorsicht. Okay, wunderbar. So, ich flankiere. Ich fahr auch hier rum. Jetzt fahr ich schon mal hier stehe. Gehst du eins weiter? Ich fahr dann hier. Silver von oben. Wir werden immer noch beschossen. Und da ist immer noch unten irgendwas am Leben. Nee, ich glaube, das... War die Art? Nee, die Art war das nicht. Keine Ahnung. Es hat man da geschossen. Oben vielleicht der T-44. Oh, ich hab ihn mit HE durchschlagen? Ja, sag ich doch. Ich weiß nicht. Warte, ich schiebe ihn weg. Oh Mist, mein Motor ist kaputt. Au. Das war gemein. Er ist mein Motor kaputt gegangen und er war dann schneller als ich. Gut, sprengen wir auf den Rio-Cut. Hm. Ach ja. Schieß mir durch den Turm einfach, ey. Ist ja lächerlich. Tja, Beck 263. Schuss und tot. Das gibt's doch einfach nicht. Glatt HE. Ja, ich bin dabei. Dann drückst du ihn direkt in die Kanone. Du dürfte der eigentlich platzieren. Oh, ich 50p von links. Ja. Da kannst du auch HE beschließen. Wow, was geht denn jetzt hier ab? Ja, bleib aber da unten. Du hast auch 2. Du hast eine Hunde Kuchen in der Tasche. Der drückt mir immerhin noch 280, ey. Der schwerste Panzer des Zweiten Weltkriegs, wenn man die Maus außen vor lässt. Der Jagdtiger. Ja. Ja. Und der schwerste je in Sire gefährlichte Panzer. Ja. So, 50b. Kann es nicht drauf wirken. Hm. Aber ich bin noch nicht offen. Vielleicht kommt da vor. Oder ich fahre einfach mal nach rechts. T440 könntest du kriegen. Niii. Egalen. Getrickt. Oh, 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 oh. Ah gut, hast du noch HE? Ich hoffe, du hast noch HE drin. Ich habe noch HE drin. Direkt auf die Kanone. Kanonenblende. Oder Seite. das kann doch nicht wahr sein will mich will mich dieses rng gerade rollen überall habe ich so wirklich ziemlich 50 ist jetzt die erste oder die zweite runde bin mir grad nicht sicher ich glaube es war die erste 100 hat die ersten drei striche katholik kaptulation es müsste die erste weg gewesen sein dann sehen wir uns gleich wieder mit weiterem deutschen stahl ist gleich die drei hüllen hunde im e 100 sind zurück rio karte silberlein und hallo we have extra ordinary top tanks neu so mal ab auf die null und mal gucken was wir da anrichten können vielleicht sterben wir vielleicht schneiden wir die messer durch die butter mal gucken vielleicht da frage ich mich haben wir auch wieder stau oder hoher krepierer oder blow ups mein e 100 ist noch nie geblower worden meine auch noch nicht darauf bin ich stolz sehr qualitative ware 50 b steht da bestehen jetzt einfach aus frust den stein kaputt schießen aber kann ja mal versuchen ob das plaschen kann vielleicht man irgendwas ziemlich groß werden halben kilometer sind oder hinter sie sind da noch alles ich habe noch eine e-stelle ich auch aber heck von mir in die 11e 5 tut ich weh vielleicht haben wir glück das ist keine schade 73 der mensch ja warte ich muss hier mal weg mhm, Batschett Arti schießt hier rein jo, Achtung, DSI ooooh, die anderen 7 E5, ich hätt die Lorraine so geil getroffen oh Leute ich komm hier nicht dazu zu schießen lass mal vordrücken hier silber, go go wir machen sie nieder warum kommt der STB gerade überall durch so, wo jetzt n STB ist so, hier ist ihm ja versuch mal ins Wasser zu kommen und dann an Linie war ein bisschen Artisafer naaah rumming meine Überfucker mhm Kette verloren, ich muss das reparieren mein Tore ist Repkit Autsch, Batschett Arti so, jetzt könnte unser Team eigentlich auch mal was machen ja, okay ja, vor allem die könnten mal vorfahren und den Waffenträger auf T49 spawnen mhm mhm PXA Jungs haben ganz schön auf den Deckel gekriegt tja, das war PXA du weißt wie toll sehen wir auch nicht mehr aus leider wahr nö ab so die PXA Leute schießen einfach erstmal zuerst auf den T34 die sehen auch nichts anderes Waffenträger schön wo ist die Batschett Arti so wahrscheinlich auf A1, A2 Uh, das habe ich kommen sehen neiiiiin ja, kopflos hat den Inneren mit 40 jetzt geht's mir gut jetzt kann ich mich gerade gefreut weil jemand von px angestorben ist ich habe mich gerade gefreut dass der vorkommt meine bächer art 69 aber erlebt deine typische wollen quasi nur noch ein rad durch die gegend sie schmeißen stein so naja ich habe sogar plus gemacht 43.000 5000 gut dann sehen wir uns demnächst wieder danke fürs mitmachen lieber rio cut macht es gerne tschüss tschüss